Nicht alle Reality-Stars finden den neuen Bachelor heiß. David Jackson sucht dieses Jahr im TV die große Liebe. Aber was denken die Promis über den Junggesellen? Der einstige Prince-Charming-Kandidat Kim Trenker ist noch nicht sicher. Rein optisch ein wahnsinnig attraktiver Mann und charakterlich wird sich dann spätestens zeigen. Ex-Bachelor-Girl Steffi Stark ist vom Äußeren auch angetan. An sich ist es mal ganz cool, dass es ein neuer Typ ist, nicht so ein bisschen schnöselig, nicht so schicky. Hot findet ihn auch Liebe im Sinn Josie Meloni, zweifelt aber die ernsten Absichten des Hotties an. Eine ist allerdings gar nicht überzeugt. Gut bei Deutschland-Bekanntheit Julia Holz kann David nichts abgewinnen. Der Bachelor wäre jetzt nicht so für mich. Das ist kein Augenschmaus für mich. Ich glaube, wenn ich da mitgemacht hätte, wäre ich schnell relativ traurig. Doch das Äußere ist sowieso nur halb so wichtig. Am Ende muss David die Girls auch mit seinem Charakter überzeugen. »Trenker« Wichtig ist jetzt. »Johann Halt« »Johann Halt« »Johann Halt« »Johann Halt«